Wusstest du, dass viele angebliche GPS-Tracker-Tests eigentlich fake sind? Nicht selten handelt es sich bei den Tests um bloßes Affiliate-Marketing, um damit Geld zu verdienen. Wenn du wirklich wissen willst, mit welchem GPS-Tracker du am besten dein E-Bike schützen kannst, dann solltest du jetzt dranbleiben. Power Unity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit und Pionier in der Entwicklung von GPS-Trackern für E-Bikes. Ich bin Matthias von Power Unity und erkläre dir in dieser Folge, worauf du beim Kauf genau achten musst. E-Bike-Sicherheit Wenn dich alles rund um E-Bike-Sicherheit und E-Bikes an sich interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere Power Unity hier und werde Teil unserer Powerful Community. Und nun zur Sache. Kommt dir diese Überschrift vielleicht bekannt vor? GPS-Tracker-Fahrer-Testsieger, wir haben ihn für dich gefunden. Mit solchen Überschriften suggerieren Betreiber von Webseiten, dass sie einen umfangreichen Vergleich von GPS-Trackern durchgeführt haben. Das geht durch die Bank mit allen denkbaren Produkten. Tatsächlich aber haben sie nur Angebote aus dem Internet zusammengesucht und mit Affiliate-Links in einen Text eingebaut. Der Clou dabei, wenn du auf einen solchen Link klickst und das verlinkte Produkt kaufst, bekommt der Betreiber der sogenannten Testseite eine Provision. Für den Webseitenbetreiber gut, für dich aber weniger. Denn die angepriesenen Produkte sind oft ein totaler Flop. Doch zum Glück lassen sich unseriöse Tests durchschauen. Daran erkennst du unseriöse Tests. Die Stiftung Warentest rät dazu, besonders auf folgende Eigenschaften zu achten. Erstens, alle Artikel in dem Text werden positiv bewertet. Zweitens, der angebliche Test verwendet dieselben Fotos wie der verlinkte Händler. Drittens, deutlich markierte Links führen zu Online-Shops wie Amazon. Viertens, es fehlt eine ausführliche Testbeschreibung. Wie kannst du also gute Geräte von weniger guten unterscheiden? Wir empfehlen, achte vor allem auf drei Eigenschaften. Daran erkennst du einen guten GPS-Tracker für E-Bikes. Erstens, der GPS-Tracker ist versteckt im E-Bike angebracht. Viele GPS-Tracker sind gut sichtbar außen am E-Bike angebracht. Das freut vor allem Diebe. Denn so sehen sie das Gerät sofort und können es entweder entfernen oder zerstören. Im Rahmen ist der Tracker zwar besser versteckt, aber auch diese Variante hat einen großen Nachteil. Alu, Stahl oder Carbon schirmen das Signal so stark ab, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Die ideale Lösung ist ein GPS-Tracker, der im Motorgehäuse integriert ist. Dort ist das Gerät unsichtbar und empfängt trotzdem alle Signale. Zweitens, der Akku hat eine lange Laufzeit und ein ausreichend hohes Sendeintervall. Bei einem guten GPS-Tracker muss der Akku selten oder sogar nie gewechselt werden. Das Geheimnis dahinter, ein Beschleunigungssensor. Der versetzt den Tracker in den Ruhemodus, wenn das E-Bike still steht. Sobald es bewegt wird, wacht der Tracker wieder auf. Dann empfängt er sofort wieder GPS-Koordinaten und zeigt dir, wo sich dein Bike befindet. Auch wenn ein GPS-Tracker nur in langen Abständen ein Signal sendet, spart das Strom. Um ein gestohlenes E-Bike aufzuspüren, das zum Beispiel in einem Lieferwagen transportiert wird, sollte das Sendeintervall aber nicht länger als 10 Sekunden sein. Hier zählt nämlich jede Sekunde. Drittens, der GPS-Tracker kommt mit einer hochwertigen Smartphone-App. Moderne GPS-Tracker funktionieren nicht mehr mit SMS, sondern über eine Smartphone-App. Die App alarmiert dich, sobald dein E-Bike bewegt wird. Dann kannst du bei Diebstahl selbst reagieren oder die Standortdaten deines E-Bikes direkt an die Polizei weitergeben. Bei guten GPS-Tracker-Apps profitierst du außerdem von nützlichen Zusatzfunktionen. Zum Beispiel gibt es in einer solchen App einen Fahrradpass, in dem du alle relevanten Daten zu deinem Fahrrad speicherst oder du hast die Möglichkeit, eine Diebstahlmeldung direkt über die App an die Polizei zu übermitteln. Die Preisfrage zum Schluss. GPS-Tracker mit oder ohne SIM-Karte? Wir raten dir aus vier Gründen zu einem Modell mit vorinstallierter Karte. Erstens, GPS-Tracker mit installierter SIM-Karte bieten eine bessere Übertragungsqualität und auch das Roaming klappt meist reibungslos. Zweitens, im besten Fall hast du ein GPS-Daten-Abo und musst dir über Roaming-Kosten im Ausland gar keine Gedanken machen. Drittens, du profitierst von einer hohen Systemqualität und einem Kundensupport. Viertens, mit einer aufgelöteten SIM-Karte oder einer eSIM-Karte ist dein Steckplatz überflüssig. Das heißt, der Tracker ist schlanker. Außerdem lässt er sich versiegeln. Nur so ist das Gerät auch wirklich staub- und wasserfest. Wir fassen zusammen. Unseriöse Tests mit Affiliate-Links sind keine Hilfe bei der Suche nach einem guten GPS-Tracker. Ganz im Gegenteil, sie verleiten dich höchstens zu einem Fehlkauf. Stattdessen raten wir dir, vor allem auf folgende Eigenschaften zu achten. Der Tracker ist im E-Bike verbaut und nicht außen angebracht. Der Tracker hat eine lange Laufzeit und der GPS-Tracker hat ein Sendeintervall von höchstens 10 Sekunden. Das Gerät funktioniert mit einer modernen App und eine SIM-Karte ist integriert. Mit diesen Tipps bist du für den Kauf eines GPS-Trackers für dein E-Bike bestens gewappnet. Aber selbst bei aller Vorsorge und mit dem besten GPS-Tracker kann es natürlich vorkommen, dass dir Diebe zuvorkommen. Was kannst du also tun, wenn dein E-Bike wirklich gestohlen wird? Wir haben mindestens eine Sofortmaßnahme für dich, die dir dein E-Bike zurückbringt. Und zwar in diesem Video hier verlinkt. Du willst noch mehr Tipps rund um GPS-Tracker und E-Bike-Sicherheit erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PowUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Du informierst dich lieber auf YouTube? Dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowUnity erklärt-Artikel ganz einfach als Video an. Ich hoffe, es wird euchüllt, wenn dieses Video an. Wenn es viele Café wird, dann wen die durable positioningen oder astba sus. Sebut impf 3 меня ہermache gut-Artikel ganz einfach-Artikel ganz einfach als Video. Wie